Man staunt und fragt sich, waren die Industriebeteuerungen von früher nur Schall und Rauch? Allerdings muss man einräumen, die ganze Gesellschaft war früher ziemlich benebelt in dieser Frage. Die Durchforstung unseres Filmarchivs hat ergeben, dass aus dem Mund des damaligen Vizebundeskanzlers Walter Buser nicht nur Regierungserklärungen kamen, sondern, wie wir jetzt gleich sehen werden, auch höchst offizieller Zigarettenrauch. Das in Sachen Regierung, aber das ganze Bundeshaus war eine einzige grosse Raucherecke. Bei Kommissionssitzungen, Sie werden es gleich sehen, verschwand der Kronleuchter, regelmässig fast im blauen Dunst. Hier berät die Kommission 1966 den nebuläsen Mirage-Skandal. Kurt Vogler, Kommissionspräsident und späterer Bundesrat, scheint noch der einzige Klarsichtige und Mann mit gesunden Prinzipien hier zu sein. Doch zugegeben, beim Schweizer Fernsehen war es eher noch schlimmer. Hier die tägliche Redaktionssitzung der Tagesschau in den frühen 70er Jahren. Gepafft wurde er aber nicht nur hinter den Kameras, sondern ungeniert, auch am Bildschirm. Der Journalist Werner Wollenberger war dabei nicht der einzige, der mit Qualm und der Zigarette gar moderierte. Auch bei Interviews ausserhalb der Studios pflegte die Prominenz, hier Ganovenjäger Eduard Zimmermann, sich mit dem Glimmstängel zu zeigen. Und oft rauchten dann gleich beide, der Interviewte und der Interviewer. Nicht nur dicke Luft, sondern im Wortsinn brenzlige Situationen gab es auch in damaligen Literatursendungen. Sie sehen Literaturpapst Marcel Reich-Ranitzki im Gespräch mit dem Dichter Fürsten Dürrenmatt und Kritiker Hans Mayer. Die Diskussion im Zigarrennebel nimmt so hitzige Formen an, dass es Dürrenmatt mit seinem Streichholz fast gelingt, einen Studiobrand zu verursachen. Beachten Sie den Aschenbecher in der Mitte des Tischchens. Das wird einen schönen Brand hier ergeben. Das Ding kann hier platzen. Nein, ich würde nichts machen. Sehen Sie, Herr Dürrenmatt, ich habe Sie enttäuscht. Also diese Panne wäre ungefähr bewältigt. Bis demnächst, hoffentlich bei Film heute.